Er hat alle Fähigkeiten, die man haben kann und haben muss, um ein Top-Spieler in Europa zu werden. Er ist noch keiner, aber er kann es werden. Aber manchmal fehlt mir einfach diese Seriosität. Er ist sehr locker manchmal beim Training und diese Lockerheit, so wie jetzt hier auch, die überträgt er dann auch. Und ich würde mir manchmal wünschen, noch ernsthafter an die Sache ranzugehen. Und dann glaube ich, wenn er das kapiert, dann glaube ich, dass er ein ganz großer Spieler werden kann.